Hey, meine Rabauken. Heute haben wir unendlich viele Dimensionen. Das reicht von Holz über Stein, über Spinnennetze, über Bedrock, TNT, Obsidian. Wer am Ende sich mit diesen OP-Dimensionen am besten ausrüsten kann, wird das Battle am Ende des Videos gewinnen. Lasst wie immer eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefällt und ich wünsche viel Spaß. Wir müssen also ein Level machen, Elina. Und zwar möglichst schnell, ey. Die ganzen coolen Portale, Alter. Was glaubst du, ist das erste Portal, was wir freischalten mit Level 1? Level 1, ja. Holz, oder? Holz? Holz, Erde, Holz, Erde. Aber dann lohnt es sich ja gar nicht jetzt groß, Erde überhaupt zu farmen, Alter. Dann lass dir direkt mal irgendwie eine Werkbank, ein Schwert machen. Dann holen wir uns ein paar Morbos, dann gehen wir Level 1, dann gehen wir direkt in die erste. Yeah. Ich habe aus Versehen-Knopf gecraftet, verdammt. Elina, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, danke schön. Bitte schön. Elina, wir müssen Level 1 erreichen, schnell. Entschuldigung, Entschuldigung. Jedes Level eine Dimension. Werkbank könnte das erste sein. Guck mal, ist jeder ein Werkbankportal? Nee, Stämme sind locker das erste. Stämme. Ey, wir könnten natürlich auch ein bisschen rumtragen. Ey, das ist das nicht voll der Cheat mit Trading? Weil wir haben ja unendlich Holz in dieser Dimension. Ach so, ja. Da können wir ja uns übelste Level-Cheateronien. Aber eigentlich bräuchten wir dann Steine. Was ist, wenn es da keine Steine gibt und wir alles mega langsam abbauen? Da gibt es auf jeden Fall keine Steine. Das ist eine Holzdimension. Ja, dann hole ich mich mal schnell starten. Level 1, Elina. Oh ja, die Holzdimension ist an, Elina. Durch. Ein da. Oh. Oh, Karamba. Pass auf, hier ist sogar noch TNT. Oh, da sind auch Endermilben. Oh Gott, da explodiert auch TNT. Ach du heilige Güte. Junge, geh mal nicht auf die Nerven, Zirkul. Ich habe nicht mal eine Axt, Elina. Boah, TNT holt mir aber auch, Alter. TNT ist schon praktisch. Können wir das irgendwie... Mit einem Knopf? Warte, warte, warte. Oh nein. Das war ein Prank. Das war Prank, TNT. Alter, fahr weiter. Danke, Elina. Wir haben genug Holz. Wir können hier wieder raus, würde ich vorschlagen. Kein Problem. Hä, aber was war jetzt so besonders daran? Es ist instant gezündet, als wir es abgeschlagen haben. Wow, das wusste ich aber ehrlich nicht. Zack, zurück. Boah, jetzt haben wir arschviel Holz, Elina. Das ist geil, 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 geil. Holz, 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 geil. Haben wir denn hier einen Bogner? Das wäre natürlich jetzt die schnelle Variante mit Sticks. Ein paar Trades zu schallallern und damit natürlich ein paar Smaragde zu bekommen. Aber das ist gar nicht so wichtig, sondern die Level. Aber ich sehe jetzt hier... Siehst du, Al? Das habe ich vorhin gesehen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe einen und der hat genau den Trade, den wir brauchen, Elina. Oh mein Gott, wie viele wir haben. Let's go, Alter. Zack, ich verbrate hier so viele Sticks, Alter. Komm mal ran. Level 2. Siehst du schon, welches Portal... Also, Kohle ist auf jeden Fall nicht an. Obsidian auch nicht. Ich weiß. Peter. Peter-Dimension? Ich kann nicht mehr sprinten. Die Werkbank-Dimension. Gott, wo ist denn das Portal, Elina mit der Werkbank-Dimension? Komm mit, komm mit. Ich zeig dich. Ey, wir brauchen langsam mal eine Dimension mit was zu essen. Diese Heuballen-Dimension, die ich da vorhin gesehen habe. Die brauchen wir langsam mal. Oh ja. Ah ja, okay. Und das CNC öffne ich nicht mehr. Oh, ist es hier Gas. Super Nova hier, ey. Aber hier ist voll der Wacken. Ei, 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 ei. Hey, hier gibt's, ey. Oh, ähm, brauchen wir das? Alter Junge, es ist immer gefährlich hier. Ja, aber Werkbänke sind ja komplett sinnlos. Aber warte mal. Es gibt ja noch was anderes. Das habe ich komplett vergessen. Oh Gott. Ach so, warte mal, ich habe hier Stress. Ich habe hier so Stress. Abstand, Abstand, Abstand. Ben, hier explodiert gerade alles. Ja, ja, weil ich TNT gezündet habe. Weil ich bin ja auf der Mission. Aua, aua, aua. Egal, ich habe 32 Werkbänke. All good. Weil ich habe ja was komplett vergessen, Leute. Man kann sich ja auch aus allen Blöcken Rüstung craften. Oh ja. Ich mache mir eine fulle Werkbankrüstung. Ben, ich habe ein Problem. Ja? Ich bin in der Dimension, aber das Ding ist kaputt. Das Portal? Ja. Ja, aber hier geht es noch. Soll ich mal durchgehen? Vielleicht wird es dann repariert. Ja, das wäre gut. Bist du sicher? Ja, okay. Uwe, könnte auch sein. Ah, da bin ich wieder. Ich gehe direkt wieder durch. Ich habe gar keinen Bock da drauf, ey. Guck mal, ich habe eine fulle Werkbankrüstung. Äh, wie cool. Crafter. Was? Ich kann irgendwie ein Crafting-Menü öffnen jetzt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Schade. So, was, genau. Level 3. Ich gehe mal wieder zum Villager. Das ist eigentlich eine ganz gute Taktik, würde ich sagen. Hier ist er. Der Spezialist. Zack. Zack. Level 3. Okay. Was ist jetzt für ein Portal geöffnet worden? Immer noch kein Eisen. Heuballen auch nicht. Mann, das ist ja mal eine wichtige Dimension, ey. Kannst auch eine geile Rüstung, glaube ich, machen mit. Bergbank kennen wir schon. Alles, alles noch aussehen, Lina. Stein ist es. Aber wo siehst du, wo siehst du denn hier eine Steindimension? Hier drüben bei, ah, da. Ja, danke, hier drüben. Ah, ich sehe dich, sehe dich. Ah, da, oha. Abseits. Abseits. Dann kriege ich jetzt eine rote Karte. Es ist Zeit für den Octobrita Deluxe. Oh, hier sieht es aber gut aus. Oh, das sieht chillig aus. Ja, so. Dann machen wir eine meiner vielen Bergbanken. Äh, Bänken. Badajanken. Und jetzt machen wir mal, äh, genau, eine Holzspitzhacke. Das ist die erste Weise, dass ich überhaupt eine mache. Ich habe das erste Mal Stein abgebaut, ey. Eins, zwei, drei fliegen aber auch wieder Gas rum. Und die sind natürlich prime nervig. Funny Fact am Rande. Wusstest du, dass der Gas-Sound ein Katzen-Sound ist? Nö. Ist eigentlich eine Katze gewesen, weil als der Sound-Mensch von Minecraft das aufgenommen hat, ist seine Katze random aufgewacht. Und er dachte, oh, das klingt ja ganz niedlich. Das könnte ja Gas sein. So, wir machen Stein-Axt. Oh, Achtung, Bän. Ich crafte hier gerade. Oh Gott, da kommt es geflogen. Ich sehe es. Wir brauchen schon noch ein paar Steine, Edina, ein paar mehr. Aber mit Änderungen haben wir hier gar kein Problem. Das stimmt. Warte mal, da können wir eigentlich auch direkt mal schon mal ein bisschen was make-en hier. Jamaican? Jamaikan? Ja, ich habe sieben Steine, Edina. Können wir jetzt nicht aus der Steindimension rausgehen, wenn ich noch sieben Steine habe? Jetzt wird mir das hier ein bisschen zu viel. Ciao. Oh, es ist Nacht. Zombies. Da schnappen wir uns Level 4. Und dann ist es hoffentlich die Heuballen-Dimension. Ich habe hier essenztechnisch wirklich Stress. Ich auch. Ich kann gar nicht mehr laufen, Ben. Bleib einfach stehen, Edina. Ja, ich mache das. 4, Level 4. Ich habe es freigeschaltet. Ja, es ist freigeschaltet. Ist es Heuballen? Ja, es ist die Heuballen-Dimension. Nice. Nice, 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 nice. Das ist bei der Kirche, Ben, in der Nähe. Ne, ich weiß wohl das. Das ist mir schon ein paar Mal vorbei. Also, ich bin gerade eben vorbeigelaufen. Hallo. Ich glaube, wir müssen aber gar nicht so viel fahren, weil ich denke... Oh, ey. Alter Schwede. Hier ist auch alles gelb, ne? Ich glaube, wenn wir daraus eine Rüstung machen, kriegen wir keine Sättigung mehr. Die, keine Sättigung mehr. Das ist der passive Effekt davon. Die sanft darf fallen. Aber auch nicht schlecht. Wie viele Rüstungspunkte gibt die? Die gibt zwei. Okay, das heißt, wie Werkbank. Oh, endlich Essen, ey. Was hat Steinen für eine Fähigkeit? Du singst wie ein Fels im Wasser. Das ist ja was Schlechtes. Oh, perfekt. Geile Rüstung. Die ziehe ich doch direkt an. Ah, mit Air kann ich das Crafting-Menü öffnen. Das heißt, wir brauchen gar keine Werkbank mehr eigentlich. Das ist eigentlich ganz geil. Stimmt, das ist cool. So, das kam beides weg. Das machen wir definitiv zu Essen. Alter Schwede. Ich habe nämlich Giga-Hunger. Ja, ruhig noch ein bisschen mehr Fun, ne? Lieber haben als brauchen. Ohne Witz, Brote brauchen wir manchmal so eins. Da explodiert schon wieder TNT. Weil die Endermänner die Blöcke nehmen oder so, Idioten. Oh ja, das kann sein. Töte jetzt einen Gast. Bahnwitz. Okay, so. Ich habe aber ein TNT. Aber das ist, glaube ich, dieses komische TNT. Level 5 sollte doch gar kein Thema sein eigentlich. Hier muss doch irgendwo... Ah, der hat ja schon eine Spinne. Zack, zack, zack. Creeper. Und dann sind wir auch schon Level 5. Damit die fünfte Dimension freigeschaltet. Ja, Level 5. Was hat sich aktiviert? Cola hat sich aktiviert. Da kann man ja sich dumm und dämlich leveln. Oh, oh, ja stimmt. Einfach die Erze die ganze Zeit abbauen. Zack. Ja, let's go. Oh, ähm. Fährlich. Ne. Ah, ich hab ihn fast. Hä, der hat das überlebt einfach. Alter, das ist so ein Level. Also so eine Level-Dimension auch, ne. Dimension aus Leveln vom Prinzip her. Wir können direkt in die nächste halt, ne. Ja. Ne, warte noch nicht. Dann müssen wir noch mal 6. Aber wenn ich noch 6 bin, zische ich direkt ab. Na, der hat nochmal. Es gibt halt nicht jeder Block XP. Boah, ist das nervig. Schärfisch. Einmal noch, komm. Ja, oh, noch einmal Level. Noch einmal Level. Ja, Level 6, Elina. Oh, endlich. Nehmen wir noch den Kohlebloch direkt mit. Okay, mehr Kohle brauchen wir ja wohl nicht. Nächstes. Oh, zäh. Die droppen Schwarzpulver. Nächste Dimension, Elina. Let's go. Ja, Eisen ist fertig. Oh, Eisen. Zack. Eisenerz. Boah, Alter. Gibt halt jetzt keine Level so gesehen. Können wir aber einen Ofen tun für Level. Raksifiki. Und einen Eisenblock natürlich. Können wir uns mal full iron. Können wir uns Eisenerzrüstung machen? Warte mal. R. Ach, geht nicht. Schade. Wäre auch so cool gewesen. Sehr cool gewesen. Aber es gibt vielleicht eine Eisenblockrüstung. Eine Ofenrüstung ist doch... Warte mal, was kann eine Ofenrüstung? Das klingt wie so eine Ofenpizza. Na, aber jetzt mal ohne Witz. Das könnte big sein. Hast du Steine richtig viele? Ich habe zwei Stück. Wir müssen noch mal die Steindimension zurück, Elina, für Ofen. Ich habe 42 Eisen. Das ist ja OP. Level 7. Ich komme zu dir, Elina. Ich helfe dir. Weil wir brauchen sehr viele Steine. Weil guck mal, du brauchst ja mindestens... Na, wenn du Helm und Schuhe machst, brauchst du neun Öfen. Neun mal acht. Schon viel. Wo ist die Bruchsteindimension? Ich gar keine Ahnung. Puh, die war am Fluss so in der Nähe. In der Nähe von der Häuser. Ah, ja, ja. Ich hopse. Warte mal, aber erst mal machen wir uns Eisenspitzhacke, Eisenachst, Eisenschwert. Zack, Rüstung machen wir uns nicht, weil die hat keine besonderen Fähigkeiten. Nicht interessant. Warte mal, man kann ja schon mal gucken, was die überhaupt können. Autosmelt. OP. Boah. Boah, Alter, Alter. Das war krass. Das sah so krass aus. Oh mein Gott, Ben, 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 ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich übernehme den. Och, ich habe ihn durchs Portal gehauen, Nina. Okay, aber er interessiert sich nicht mehr für mich. Er kennt mich nicht mehr. Oh, er ist wieder durchs Portal. Oh Gott, er killt mich. Oh Gott, war das knapp. Alter Schwede. Okay, ich mache mir mal Helm und Brustplatte. Weil dann schmeiße ich einfach die Stroh-Dings weg. Oh, hast du mal Öfen? Guck mal, Ben, ich schenke dir ne Bracke. Benina, ich brauche nur Brustplatte. Oh, 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 oh. Helena. Mann. Ich sag doch gerade noch, dass ich ne Brustplatte und Helm mache. Warte mal, ich bin Level 7, wir müssen neu freigeschaltet haben. Ach so. Ja, Ben, wir haben die Gold-Erz-Dimension freigeschaltet. Wo ist sie? Da, seh ich. Hier. Ah. Boah, dann, aber der jetzt Autos smelt. Pass auf. Der wird jetzt richtig heftig. Hier, ich Autos smelte. Alter. Es gibt leider keine Goldblöcke, es sind Eisenblöcke drunter. Schade. Ja, ja. Aber dann kriege ich keine Level, wenn ich Autos smelte. Ach so, ja. Das ist der Nachteil leider. Sind hier vielleicht Goldblöcke drunter? Lasst uns das testen mit Hilfe von TNT. Nee, absolutely not. Oh. Jetzt müssen wir ganz klassisch die Öfen nehmen und da muss meine ganze Kohle eigentlich hin hier nehmen. Den musst du haben. Ähm, ich hab keine Kohle. Ich hab doch übel viel Kohle mitgenommen. Ja, also wahrscheinlich haben wir die in den Ofen gelassen. Nee, ich hab die Öfen ja hier. Oder haben wir noch andere Öfen? Ah, wahrscheinlich stehen die da hinten noch. Ah, safe stehen die da noch. Warte. Boah, die TNT-Dimension wird aber, die wird krank, ne? Die wird heftig, ja. Hä? Standen die hier nicht? Sagen sie mal. Drei Eisengolems. Das ist auch crazy. Äh, wie unwahrscheinlich. Die beschützen die ganzen Dimensionen. Ich kann den Enderman da nochmal fetzen. Ja, der hat sich nach links teleportiert. Hier. Junge. Dropped an and a pearl, an and a pearl. Dropped an glass, grassblock, grassenheimer. Hier gibt's Emeralds, die werden da sowieso. Und Blöcke gibt's auch. Die gehen aber Level, oder? Boah, das ist die. Können die das jetzt irgendwie verkaufen, so die Emeralds? Eee, ja. Boah, das ist mega Bambule. Ja, ja. Das ist ja krank, nervig. Das ist die heftigste Level-Dimension aller Zeiten. Elina, ich schalte alle Dimensionen gerade frei. Ich bin Level 12 schon. Wir sind zurück, sicher. Elina, ich bin Level 15. Was? Oh mein Gott. Hinter dir, hinter dir. Pass auf. Spinnnetz-Dimension. Unter anderem. Ach, du heilige Scheiße, Elina. Oh, der TNT. Ich bin sofort zurückgegangen. Alter, Schleck. Das Portrait nicht kaputt. Ah, schnell wieder durch. Egal, ich hab neun Fäden mitgenommen, Elina, für Bögen. Die Dimension war wild. Ey, okay, was haben wir noch neu? Bücherregale. Oha. Das ist halt geil zum Verzauber. Ey, kannst halt einfach einen Full-Enchanter bauen. Lass mal einen Verzauberungs-Tisch machen. Dann bauen wir den da hin. Wir haben einfach Full-Enchanter. Ja. Aber wir haben keinen Lepes-Letsen. Ja, das ist scheiße. Bad. Bad Rock. Das ist, äh, äh, Kursier. Okay. Okay, na gut, hier können wir ja bisher noch nichts machen, wenn wir keine Dias. Okay, das ist auch geil aus. Aber hier kann nix explodieren, zumindest. Das stimmt. Haben wir TNT. Sehr cool eigentlich auch. Diablock. Diablock auf Lock? Die auf Übel Lock, Alter. Oh mein. Boah, die sieht geil aus. Boah. Warte, 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 warte. Erst mal Screenshot machen. Diablöcke. Aber dann haben wir bestimmt auch Diar-Erz. Weil Diar-Erz ist natürlich diese kranke Level-Farm. Oh ja, ja. Diablöcke geben ja keine Level. Oh mein Gott, ich sag's, ja. Wir sind schon durch. Ich hab neun Diablöcke. Ich hab 80 Dias. Ja, wir können uns ein Bogen machen, aber wir haben gar keine Feile. Okay, was gibt's noch? Was haben wir noch neu? Kohle kennen wir schon. TNT kennen wir. Bergbank kennen wir. Können uns Smaragd-Rüstung machen. Diar-Erz. Antiker Schrott. Alter, es gibt Bedrock sogar. Boah, wie viel Level macht man hier? Passt mal auf. Ich muss hier bessere Spitzhacken machen. Ein Level. Das dauert tatsächlich ein bisschen. Weil wir schon so ein hohes Level haben. Zwei Level. Es gibt zwei weitere Dimensionen, Elina. Ja, ach so, krass. Antiker Schrott. Warte mal, das kann weg. Zack. Und das tun wir hier. Zack, zack. Ich komm gar nicht dazu, mich auszurüsten. Alles so OP ist. Wartet mal. Hä, aber das dürfte ja eigentlich von TNT nicht kaputt gehen. Guck mal. Machen wir einen Duscherer. Ne, geht nicht kaputt. Bruder, wie nervig. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Das dauert natürlich jetzt leider ein bisschen abzubauen, ohne Effizienz. Aber hatten wir nicht eh da irgendwo eine Netherite Barren-Dimension? Äh, Block-Dimension? Ja, ja, ja. Die ist auch freigeschaltet. Ja, da verschwende ich doch gar nicht meine Zeit hier und baue antiken Schrott ab, Alter. Damit jetzt erstmal Full Netherite. Ach so, warte mal. Wollen wir über Full Netherite gehen? Eigentlich nicht, ne? Hat ja gar keine besonderen Fähigkeiten. War das grunschig? Das dauert ja eine Million. Gibt es ein Netherite Block-Rüstung? Ich muss es testen, Edina. Wir brauchen ja nur vier. So krass, wie brauchen wir gar nicht? Ey, Junge, hallo. Ich baue ja gerade. Edina, ich bin gleich durch. Es hört gleich auf. Och Gott, das war so knapp. Kein Problem. Ich bin immer für dich. Du hast nicht geholfen. Und jetzt hilf mal. Ich brauche noch eins. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Robin, ich habe drei Herzen. Ich habe zwei. Ich habe eins. Ich habe keine mehr. Ich bin immer, immer eher tot. Ich kann das nicht mehr. Wenn, wenn, wenn ich wohl Verstärkung. Komm mal in die Netherblock-Dimension. Du hast den Eisenkohlen da reingeschoben oder was? Du bist ja mit irgendwas rein. Ich habe das gerade gesehen. Ich glaube, der ist tot. Der brennt. Oh mein Gott. Ich hole Eisenkohle. Geht's dir gut, Bray. Wer beschützt sich jetzt? Warte, ich habe einen Wasser. Warte, hast du Eisen? Dann kannst du ihn doch füttern. Hier, bam. Alter, der hat aber gut reingeschmacht. Elina, ich habe dich. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn das geht, ist das die OP-Rüstung. Das OP wäre ja sonst schade. Vielleicht auch das Barren. Ab nach Haus. Geht auch nicht. Verdammt. Das Ding ist klar, könnten wir jetzt die Rüstung halt aufwerten. Die ja, zack, zack. Das ist auch OP. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich will. Ich will lieber eine Schmaragdrüstung. Oh, es gibt Smaragd-Block. Wir brauchen noch sieben weitere Blöcke. Das muss ja die krankste Rüstung sein. Smaragd-Block. Verleg mal. Verleg mal, Elina. Verlegen Sie mal. Ah, damit habe ich, oh, das ist gar nicht so schlecht. Damit habe ich Glück, Looting und so. Warte mal, das heißt, ich kriege jetzt nie mehr Smaragde raus. Ah ja. Kriege ich da auch mehr Level? Nee, ne? So, wir haben ein Level. Zack. Damit müssten wir jetzt Bedrock oder TNT freigeschaltet haben. Jetzt schnappe ich mir noch 19. Dann haben wir beide. Und beide, Elina. Zack. Bedrock. Wie sieht die wohl aus? Da kannst du ja gar nichts abbauen, oder? Boah, ja. Da sieht es ja Bedrock-mäßig aus, auf jeden Fall. Kann man das abbauen? Also, du, Ben, ich glaube. Dachte für Bedrock-Rüstung. Aber Crying Obsidian-Rüstung gibt es safe. Elina, wir werden jetzt einen PvP-Fight machen. Du hast zehn weitere Minuten zeitlich mit allen Dimensionen, die wir haben, da kam ein bisschen sauber raus, auszurüsten. Ich verrate dir sogar, was ich mache. Ich mache zweimal Schmaragd, zweimal Crying Obsidian. Und ich muss auf jeden Fall ein Netherite-Schwert noch machen. Machen wir mit Schild oder ohne? Mir egal. Voll hier bei beiden. Hä, du hast auch schon gewonnen. Ja, Quatsch, mein ich. Da haben wir auf jeden Fall eine saftige Rüstung. So, jetzt, also rüstungsmäßig sind wir da kampfbereit. Wir brauchen jetzt noch ein Schild, natürlich. Da läuft Elina rum. So, wir haben Schild. Passt auch. Bogen. Haben eh keine Pfeile, nicht so wichtig. Sonst müssen wir Schild und Axt verbessern. Okay, das heißt, wir machen erst mal die zu Dia. Zack. Und. Zack. So. Jetzt brauchen wir einen Schmiedetisch. Den gibt es auch bestimmt hier. Ach, warte, den können wir aber selbst machen. Vor wir den jetzt hier im Dorf suchen, machen wir den flink selbst. Mithilfe eines Schmiedetisches können wir jetzt nämlich die Dia-Sachen aufwerten zu Netherite. So. Gut, jetzt habe ich im Grunde nur noch zwei Sachen, die ich machen kann. Ich kann mir Goldäpfel organisieren oder ich kann irgendwie Lapis suchen zum Verzaubern. TNT-Dimension, Alter, da müssen wir auch noch hin. Mann, das wollte ich machen. Nee, nee, ich mache da nichts. Ich gehe da. Ah, hier. Ich will nur am Ende das Ding sprengen. Ach so. Ja, ich bin auch ready, Bomberdi. Zack. Ich auch. Ein Leben, Elina. Okay. Bist du bereit? Yes. Auf die Plätze. Fertig. Lups. Bist du eigentlich? Hinter dir. Ach so. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Ben. Oh mein Gott, Ben. Das war peinlich. Alter, das ist ja dieses Cheater-TNT. Oh, schade. Das ist gar nicht ungefährlich, ey. Boah, Alter, Elina, dreht auf. Da kannst du dich mal blocken, da? Hm, ja, da habe ich ein Problem gehabt. Kacke. Ich hatte so viel auf mein TNT-Gesetz. Aber das hätte mich auch killen können. Du hättest ein bisschen vorbereiten müssen, so Unterirdeschätze machen müssen. Ah, ja, aber das zündet ja eh sofort. Ja, ja, aber dann Kettenreaktion mit dem da drunter, was man nicht sieht. Ach so, ja. Ja, mein Gott. Ab in die TNT-Dimension, Elina. Oh, oh. Oh nein. 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 Der Petit-Shotter. Leute, damit konnten wir das Dimensions-Battle für uns entscheiden. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode sehr gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Wenn ja, abonniert den Kanal natürlich kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschau. Tschau. шiit. Schiit.